Hallo, hier der Xaver mit Alice Part 16. Hi, ja, ähm, lang ist schon wieder her, naja, paar Tage auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, dass wir beim letzten Mal in den riesengroßen Phasen weggerannt sind. Ja, guckeförmig quasi, also so Indiana Jones-mäßig. Und wir rutschen jetzt hier durch. Mal schauen, ordentlich kommt das nicht noch... Mal sowas. Okay, wir können da runter, aber ich würde sagen, wir nehmen den langen Weg. Und wir werden hier wohl sehr viel rutschen, ja, ist klar. Dann nehmen wir den vorsichtigen Weg. Da bin ich ja runter. Obwohl, wir brauchen gar nicht so viel. Na ja. Wir müssen einfach nur ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Gut zu wissen. Nein! Okay, es hat beinahe schiefgegangen. Ich speichere lieber gleich mal. Bevor ich da ankomme. Obwohl, nee, warte mal. Direkt danach am besten. Was? Ich hätte speichern sollen. Ich habe ja keine Zwischenspeicherung gemacht. Boah, cool. Ja, doch hier. Was soll ich direkt... Weil ich brauche ja eigentlich nichts. Oh! Ich sollte öfter speichern. Okay. Wenn wir mal diesmal jetzt richtig... Okay. Hier blieben. So. Was war das, F5? Was soll ich nochmal was speichern? Äh, Moment. Was war das, Schnellspeicherung? Das haben wir gleich raus. Ähm... F4. Ah, so war das alles. Klar, und drüber da möchte ich meinen. Eisige Kälte kann einen Gegner unschäblicher machen als tiefe Wunden. Aber der Winter wird nicht ewig. Cool. All klar. Aber ein neues. Eisige Kälte kann einen Gegner unschäblicher machen als tiefe Wunden. Aber der Winter wird nicht ewig. So, ähm... Nehm, nehm. So komme ich nicht rüber. Ich gehe davon aus, dass ich da rüber muss. Woanders hin wäre halt sinnlos. Obwohl, nein. Ich kann ja da hoch. Okay, warte. Wieder hoch, hoch. Moment mal, was? Okay. Rechtsklick ist also quasi Verteidigung. Mit dem Schild. Und links ist Angreifen. Nein, bleib hier. Moment, das hatte keinen Sinn. Ah, doch. Bisschen hoch. Aber welchen Sinn hat das jetzt für mich? Hier ist es nicht hoch, komme ich nicht neben. Okay, Vorsicht. Vorsicht. Hier hinten. Hier hinten. Okay. Ich gehe mir davon aus, dass ich da rüber muss. Und... Da rüber. Und dann vielleicht jetzt hier runter. Ja, okay. Okay. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wohl nicht. Okay. Oh Gott. Okay. Kann ich eigentlich... Kann ich. Cool. Cool. Da spricht da rein gar nichts. Okay, was war das nochmal jetzt? Alter! So, was war das nochmal? Äh... Warte mal, ich schaue. Ah, das war eine Bombe. Ohohoho! Was zur Hölle? Okay. Okay. Gut, das waren Granaten. So war das. Alles klar. Oh, das sind diese komischen Fischer. Da muss ich weiter hin. Ich gehe nochmal hier rüber. Komm mal hier hin, komm mal hier hin. Sehr schön. Ich bedanke mich sehr. Sehr schön. Äh, ich glaube, dort hinten geht das nicht unbedingt weiter. Das sah für mich jedenfalls nicht so aus. Aber ich probiere es trotzdem mal. Schaden kann es ja nicht. Nee, da sieht es sehr nach Sensor aus. Okay. Dann gehen wir jetzt auf die andere Seite. Und speichern lieber nochmal ab. So. Okay. Aber nur doch überall, klar. Auf ein neues. Come on. Wann soll das? Was soll das? Hallo? Oder soll ich... Nee, ich muss ja da rüber. Hä? Was hat das für einen Sinn? Oder muss ich erst noch höher? Ah, ich muss noch höher. Okay. Okay. Schauen wir mal. Okay. Ich glaube, ich muss hier einfach nur hoch. Oh! Wo sind die Dialoge? Egal. Ähm. Okay. Es hat also mit selbst irgendwie was zu tun. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020